Jo, Freunde, herzlich willkommen zurück. Oh, ich muss den Jaguar noch reparieren. Und dann nehmen wir mal das nächste Turnier in Angriff. Teilnahmegebühren gehen immer weiter in die Höhe. Naja. Und hiernach werde ich mir erstmal meinen BMW M5 kaufen. Drei, zwei, eins, los! Vier Runden, vier Fahrer. Okay. Und tschüss. Geil. Geil. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh beste runde sie sind erster so richtig schön sport für die arme was feedback country woods was war das für eine strecke fördern der axt keine ahnung mehr einfach rein in den salon ach so hometown mit schnee ok 21 los oder so ungefähr so ähnlich ich wo Gott fürs Willen, ey. Bauten so eine Strecke, Mensch. Bauten so eine Strecke. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ja genau. Dann wieder Anschwung. Auch nett. ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, warum lenke ich denn da rüber? Zu früh. Boah, der hat einen weggekriegt, der hat einen weggekriegt. Matsch. Oh je, oh je, oh je. Glückwunsch, Sie haben diesen Kurs erfolgreich abgeschlossen. Sie haben die Goldmedaille geholt, weiter zum nächsten Kurs. Klasse AA, ne? Also bräuchte ich so oder so, wenigstens den BMW. Wahrscheinlich, ne? Das krieg ich ja später machen mit der Reparatur. Der Fenster. Der kostet 210.000 Euro. Jo. Den kann ich mir bei weitem noch nicht erlauben. Bonus Porsche. Hm. Ferrari. Hm. Da war noch nicht freigeschaltet, okay. Also Ferrari oder BMW M5? Mach mal einen Wagenvergleich, aber an und für sich möchte ich eigentlich lieber den BMW M5 haben. Ich mag dieses Auto einfach. Hm. Ähm. Okay. Ja, ich nehme auch den BMW, denn der beschleunigt auch besser. Höchstgeschwindigkeit kommt dann, der wird voll aufgerotzt und dann ist gut. Gib her. Zack. Ja. Ich will meinen BMW tiefern. Jo. So satsche. Jo. Dann bis zur nächsten Folge, ne? Hau da rein. Jäli. oolНе. . Fertil.